Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und heute reisen wir in die 60er Jahre zu Trafi Deutscher mit dem Titel Shake Hands. Dieser kommt in meinem Online-Kurs 100 Hits in C-Dur Band 2 vor und der Ausschnitt daraus, das Stück, wie man es spielen kann oder sollte oder wie das Endergebnis klingen kann mit relativ einfachen Bordmitteln des Genos, siehst du jetzt. Den Link zum Online-Kurs oder die Tablet-Version, also ohne Internet oder auch nur die 100er Registrations mit 5 bis 10 Presets pro Stück findest du unterhalb des Videos. Viel Spaß! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018